Spiel starten, okay. Aber hast du jetzt mehr Punkte gemacht zum Gewinn? Nee. Ich kann doch, ich kann das hochstellen. Vier oder fünf? Fünf. Okay. So, verletzte Kinder sollte man. Was sollte man mit verletzten Kindern? Ich hab nur Substantive, verdammt. Du hast auch Karten, die du selbst beschreiben kannst. Vergiss das nicht. Ja, schon klar. Aber dazu muss ich erstmal kreativ sein. Aber ich überlege zwischen zwei Dingen. Ich hab zwei gute, aber ich weiß nicht, was ich... Wir wollen Herrn Hendrik. Eure Entscheidung brauche ich jetzt. Da wird in die Tasten gehauen. Ja, ja. Du kennst doch nicht, in die Tasten hauen, weißt du? Verletzte Kinder sollte man den Papst andrehen. Boah. Töten. Ja, warte auf. In den Keller einsperren. Und den Michael Wendler vorfüllen. Zehn Stunden lang. Egal. Egal. Ähm. Zurückgelassen. Ja. Schön desinfizieren und danach auch... Halt. Alter. Alter. Ich verhandle das mit dem Wendler. cool. Egal. Klasse, Mann. Ah. Äh, das... Essen ist mein Hobby. Ich kann ja nur Scheiße rauskommen. Ja. Im Mono. Ja, ich bin ja schon dabei. Weil du führst, musst du nicht auf Zeit spielen. Okay. Du kennst mich doch. Vergammeltes Brot mit Sperma essen ist mein Hobby. Mhm. Seems legit. Zu viel Haargel essen ist mein Hobby. Flüßeser und Abonnenten essen ist mein Hobby. Auf jeden Fall. Ja, ja. Käsebrot essen ist mein Hobby. Gruppensex mit Tieren essen ist mein Hobby. Das ergibt nicht mal Sinn. Alter. Weil ich eben nicht sehr artig bin. Ähm, nehme ich das. Ach, Mann. Yay. Als ob eine normale Antwort gewinnt. Ja, pfui. Also, ich zugebe, dass ich es mage, ähm, dass auch immer da noch stand, vergammeltes Brot mit Sperma. Genau. Ja, hätte ich auch sagen können, in Zukunft will ich nie mehr. Ich erwarte schon vom Rominator und vom Rufus einiges. Erst recht vom Flüi. Erwarte ich jetzt ja einiges. Was jetzt noch selbst geschrieben ist. Das passt sogar. Das ist eine dumme Lache. Ich muss mir die Karte aufheben, die ist zu. Ich kann sogar eine Random-Karte spielen. Ach, Mann. Ich kann nicht mehr hingucken. Es fehlt da nur noch Flüi, der wieder schreibt. Und der schreibt, der schreibt, der schreibt richtig, was ich nicht möchte. Doch, doch, doch. Ich sehe es doch schon auf seinem Rechner. Da steht bestimmt irgendwas ganz Geniales und da haut er in die Tasten. Ja, und dann gewinnt er nicht. Ja, ist das so. So, in Zukunft will ich nie mehr an einem Fieferkrab teilnehmen. Ja, will ich nie mehr 200 Ja, 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 so sauer werden, dass man eine Stelle bekommt. Okay. Ja, nicht schlecht. Meine Eltern beim Sex erwischen und danach mitmachen. Nie wieder FIFA spielen und dann doch noch die anderen Teile kaufen. Frauen an einer Abtreibungsklinik an. Das ist böse. Ich nehme das. nee. Ich habe gedacht, das ist als ob. Gerade eben noch eine normale Antwort und dann so. Ja. Das war ein Vorschlag. Das war eine Karte zu meiner verteidigt. Achso. Was sind die beiden Endprodukte, wenn man versucht, Scheiße in Wasser aufzulösen? Alter. Ich bin gespannt. das könnte vielleicht, das könnte vielleicht sein. Achso, das sind zwei. Ja, das sind zwei. Ich weiß nicht, Robinator ist dran. Mach ihn mal auf Risiko. Stimmt. Jetzt wird nur noch Hendrik. Ja, der findet schon was. Der findet keine gute Antwort. Ja, dann musst du was schreiben. Und wie warm ist es bei euch da draußen? Ja, mittlerweile geht es jetzt eigentlich wieder. Jetzt zum Abend geht es. Also heute war bestimmt um die 30 Grad hier. 25 sind es glaube ich gerade bei uns. ich gucke mal. Okay, das ist alles nicht gut. Okay. Okay, ich klicke mal. Also, Heidi Klum und Fetzi, die lustige Landmine. Kinder und übergroße Lollis. Schwarze und Hungerstuhl. Okay. Alter. Schwarze und Hungerstuhl. Asymmetrischer und Asymmetrischer Kunstbusen und Corona, die das das die Flüchtlingskennig lehrt. Okay. Familie im Brennpunkt und Warmbiologie, die Lehrer des Warmbo. 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 afrikanische Kinder und knutzt. Warmbo. 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 Ich fühle echt nicht, was ich hier nehmen soll. Warmbo. Ich nehme es einfach das. Ja, Mann. Warmbo. Ich dachte, ich kriege es nicht mit Corona. Nein. Warmbo. Ich bin dran, ja. Studien ergaben, dass es gut für die Gesundheit ist. Nehme ich das oder das? Ich weiß es nicht. Oder das? Das können halt alles bei Rufus knattern. Wow. Ich nehme das. Wenn es nicht klappt, ist er nicht verschlebt. Rufus? Ja, ich bin dran. Genau, du bist dran. Studien ergaben, dass dreckiger Walisch, ne, Walfischdreck gut für die Gesundheit ist. Das ist natürlich ein Beispiel. dass Jogi Löw gut für die Gesundheit ist. Studien ergaben, dass wenn nur einer der siamesischen Zwillinge Lust auf Sex hat. Studien ergaben, dass aktives Zuhören gut für die Gesundheit ist. Ja, wenn du eine Freundin hast, auf jeden Fall. Studien ergaben, dass gelb im Schnee Essen gut für die Gesundheit ist. Und Studien ergaben, dass Masturbieren und dabei Heulen gut für die Gesundheit ist. Alter. Ja. 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 Gerüchten zufolge ist Wladimir Putins Lieblingsspeise Blank Space mit Blank gefüllt. Oh je. Oh oh. Ich hab Angst. Ja. Oh Gott. Das ist fest. Abonniert. Das ist fest. Oh Gott. L DOT. Wenn du schaust. Ich hab mich nicht. Ich hab mich nicht gelb. Ich hab mich Ich hab mich nicht gelb. gelb. - Ich hab mich Einwander. Und ßt. Du schaust. da ist, ganz gut. Habt ihr jetzt was gemacht? Rufus? Ja. Er muss noch überlegen. Achso, ich dachte, Rufus ist eingeschlafen. Gefühlt ist er es heute ein bisschen abwesend gerade. So in der letzten Runde. Gerüchten zufolge ist Wladimir Putins Lieblingsspeise mit Pferdesperberbedeckter Brüste mit Eier gefüllt. Okay. Hundebabys mit Pummelupf gefüllt. Okay. Donald Trump mit viel russischem Weiß gefüllt. Okay, relatable. Der ist gut. Eis mit Schokolade gefüllt. Naja. Verbrennte Babys mit Wodka gefüllt. Okay. Hoden mit Sperma gefüllt. Aha. Also ich glaube, ich fand das... Hallo! Nein! Ich dachte, ich war Brottenbabys. Nee, da war Donald schon echt besser. Ich meine, er ist orange. Er schmeckt bestimmt auch wie eine Orange. Ich habe beim Fisten Blank gefüllt. Der passt dazu. Zu welchem Bundesland kommst du? Ich? Ja. Ich komme aus Bayern. Okay. Oh, das kann ich also nicht nehmen. Doch. Nee, kann ich nicht machen. Gut, nicht Seehofer. Aus Bayern, das hat man gar nicht raus. Ich bin auch nicht gebürtig in Bayern geboren. So, also bist du ins Ausland ausgewandert. Ja. Und wo kommst du gebürtig her? Äh, Stuttgart. Deutschland. Ah. Also. Deutschland. Könnt ihr auch sein, woanders. Ich habe beim Fisten ein Embryo gefunden. Die CSU gefunden. Fangfragen in der Abschlussprüfung gefunden. Die Glietobis gefunden. Das war. Das war. Angelika Merkel gefunden. Oder was man auch nicht findet. Das war gar nicht. Aber so tut es war nicht. Das war gar nicht. Klasse. Das war schon eigentlich gut. Oh Gott. Diese Jucke zwischen meinen Arschwacken. Das ist gut. Ich mag die Kanten, die mir vorgeschlagen werden. Nee. Jetzt ist der Uwe wieder wach. Ja, klar. Oh, jetzt bin ich mal wieder da. Die Titanika sind wachgerüttelt. Oh, ich bin froh. Ich bin froh. Also wenn du das verstehst, was ich da geschickt habe. Ja, dasselbe gilt für mich auch. Dann muss die Karte ja gewinnen. Oh. Überheblich. So. Wieso juckt es zwischen meinen Arschwacken? Putin. Wenn es da eine Pickelfresser aussieht, wie er eine Kartoffelante, aber nicht mal vegane. Ich atme. Ich atme. Boah. Boah. Was für ein Rottseiler. Ein benutztes Kondom. Ähm. Wegmaß. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ich finde das mir nicht ganz gut. Ja, ich habe sozialen Gruppen, aber es war nicht gut. Schade. Warum liegt hier Stroh? Erklärt mich aus. Hm. Robin, das nächste Mal müsstest du alles, was wir selber geschrieben haben, dann irgendwie in ein Deck tun. Okay. Das muss ich mir dann aufschreiben. Ja, was denn? Passt du. Drei Stunden Video wollte ich, ich schaue mir jetzt alles an und schreibe mir alles auf. Also, warum liegt hier Stroh? Grügelei. Ja. Okay. Warum liegt hier Stroh? Warum nicht? Gut. Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Der musste natürlich nicht kommen. Warum liegt hier Stroh? Winzest. Warum liegt hier Stroh? Wieso nicht? Wieso nicht? Warum liegt hier Stroh? Eine behaarte Muschi. Eine behaarte Muschi. Nicht eine behaarte. Ähm. Es ist nicht selbst geschrieben. Ich nehme den. Ach Mann. Ja, weißt du, warum nicht? Was macht deine Mutter in ihrer Freizeit? Oh Gott. Das ist so lustig. Ey, genau. Alle sind so voll auf Aufmerksamkeit. Das ist der Sinn dieses Spiels. Ja. Das fühlt sich. Es fühlt sich ein bisschen an wie singen wir einen Song, weißt du. So, Flui schreibt wieder. Nee, ich habe nicht so coole Karten und mir fällt nichts Lustiges ein. Ah. Wir kennen uns schon zu lange, ne? Ja. Ah. Ähm. Was macht deine Mutter in ihrer Freizeit? Einem Kind Süßigkeiten wegnehmen. Auf jeden Fall. Was macht sie noch? Einen, äh, meinen Vergewaltiger vergewaltigen. Ja. Ja. Und was macht sie noch? Vorgeben zu verhüten. Aha. Was ist mit deiner Mutter? Was ist mit deiner Mutter? Was ist mit deiner Mutter? Das macht sie noch einen Städter vermerken. Oder? Sie macht Leben. Nee, das erste ist das Geilste noch. Als Ordnung. Boah. Das ist erst mal noch das Beste. Noch einen Punkt brauchst du hier. Ich bin wohl doch einfach lustig. Ja. Sowieso. Was macht mich, ich schreibe das jetzt mal auf mich, am meisten depressiv? Immer, ich war jetzt gute Antworten von immer noch Rufus und Flui. Du kriegst sie. Du kriegst sie. Ich hab sie, ähm, hab sie eingetippt. Okay, ich bin gespannt. Na, da kann man ja nur verlieren. Hoffentlich hat Flui oder Rufus nicht dieselbe Idee wie ich. Ich hoffe es auch. Ja. 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 Also, was macht, was macht mich depressiv? Am meisten depressiv? Puffer Sex. Na genau. Müder gegen jemanden. Okay. Keine Depression. Und dann erreicht. Anstoß. Okay. Der Finger des Jahrhunderts. Oder die. Lidl. Lidl. Lidl ist einfach ganz trocken. Ja, Lidl. Ich weiß es nicht. Das Dreieck ist schon legendär, aber, ja, das andere Dreieck macht mich eigentlich gar nicht so depressiv, aber, aber, ja, ich nehm jetzt einfach das. Ach Mann, das kann doch nicht sein. Flui hat die selbe Idee gehabt. Das kann nicht sein. Ich habe es geahnt, weißt du, ich habe es geahnt und ich wollte so. Was ist meine geheime Kraft? Was ist meine geheime Kraft? Muss nicht lustig sein. Oder kann auch lustig sein. Äh. Gebt mir eine super Kraft. Also, ich nehme die beste Kraft. Ja, ich habe die realistischste Kraft von dir genommen. Es kann nichts Gutes sein. Und Flui schreibt wieder. Die große Schreiberei von Flui. Deswegen hatte ich ja am Anfang gedacht, so von wegen, wir schreiben immer alle, aber passt schon. Ja. Ja. So. Äh. Meine geheime Kraft ist depressive Jugendliche, die jeden Tag versuchen, sich selbst umzubringen, weil sie sich hässlich finden. Oh. Und was mache ich mit denen? Weiß ich nicht. Was ist deine geheime, was ist meine geheime Kraft beim Sexeinschlaf? Ja. Das muss ich dann nachher mal fragen. Was ist meine geheime Kraft? In F1 Dave Gaming besiegen. Boah. Was ist meine geheime Kraft? Ist das wirklich passiert, Rufus? Äh, nee. Was ist meine geheime Kraft? Grabschändung. Was ist meine geheime Kraft? Realisieren, dass du nichts besiegt hast. Nämlich jetzt das, was mich am leisten beleidigt oder das, was ich am leisten ist? Das, was ich am besten beleidigt. Das, was du am besten findest. Das, was du am besten sein würdest. Kann ich eigentlich gar nichts von den beiden nehmen, weil ich weiß jetzt, wer was gemacht hat. Ja gut, dann. Weiß Bescheid. Denk ich nicht. Ja, komm. Ja, Mann. Louis. Das ist aber nicht passiert, Rufus, das dritte Ruf, oder? Noch nicht. Blank. Was sonst? Okay. Jetzt kommt es. Ich bin nicht traurig. Nee, das. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Aber hey, in dieser Runde haben auch alle irgendwie Punkte. Nee, nicht ganz. Doch nicht. Okay, ich zieh's zurück. Ich wollte sagen, alle haben Punkte. Aber ich zieh's zurück. Halte. Aber okay. Okay. Drei Frauen vergewaltigen und danach verspeisen. Was sonst? Okay. Bis zur Hochzeit warten. Was sonst? Das ist auch okay. Viele, viele Buntes machen. Sexismus. Was sonst? Ah, eine Cocktail, was sonst? Zwei Zwerge, die in einen Eimer scheißen. Also ich fand das gut. Ja! Nein! Kann einfach nicht wahr sein, Leute. Das war schwer. Das ist ja los mit mir. Ich hab mir heute Blank bestellt für nur 9,99 Euro und 50 Euro verfallen. Ich weine. Okay, okay. Also, ich hab mir heute eine Gastronomie bestellt. Eine, die passende Antwort auf diese Frage ist die Schokolade. Schnapp mit Kuchengeschmack. Panische Kinder. Oder auch Logia-Hangis. Du musst gucken, dass du nicht Lina triffst. Ey! Da nehm ich jetzt. Weiter. Ja! Oh, mein Mann! Du bist genug! Ja! Dein Comeback. Ja. Okay, jetzt bin ich dran. Neues von J.K. Rowling. Harry Potter und! Mach dir jetzt schon wieder ein Buch. Alter, das ist so dumm. Imran und Robinato. Ja, ja, warte schon. Sie sind dran. Imran schreibt mal wieder, ja? Ja, das erwartest du. Wie immer. Hast du die Tastatur einfach ganz weit am Ende deines Zimmers gelegt, um dann, damit wir nicht hören, dass du schreibst? Ja, in der Küche. Du kennst ja die Küche. Da hinten steht die, deswegen muss ich erstmal hinlaufen und wieder zurückkommen. Scheiße, wieso steht hier eine Tastatur in der Küche? Ich glaube, das war jedes Mal, deswegen. Ich muss immer herlaufen, ich schwitze schon. Lui soll nicht hören, dass ich streibe. Ey, Gott. So, Harry Potter und russische Kellerpornos. Hitler. Harry Potter und eine Leiche zurück ins Leben. Die heimlichen Pornofilme von Hermine. Oh, okay. Ja. Wer auch immer ich ist. Achso, ja, gut, Harry. Ey, es wäre schon ein bisschen zu offensichtlich. Deswegen, weil es einfach auch vom Kontext her sehr gut passt. Ach, Manni. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Das war gut. Dankeschön.